Mendelssohn-Denkmal Das Bronze-Denkmal für den Gewandhaus-Kapellmeister und Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy wurde nach den Entwürfen des Bildhauers Werner Stein in Bronze gegossen. Es zeigt den Komponisten an ein Notenpult gelehnt. In seiner linken hält er eine Notenrolle. Der Taktstock in seiner anderen Hand erinnert daran, dass Mendelssohn der erste Dirigent war, der das Dirigieren mit einem Taktstock populär machte. Mozart und Beethoven hatten ihre Werke noch mit den bloßen Händen dirigiert. Nach seiner feierlichen Enthüllung am 26. Mai 1892 stand das Denkmal zunächst vor dem damaligen neuen Gewandhaus. Obwohl Mendelssohn christlich getauft war, wurde er von den Nationalsozialisten wegen seiner jüdischen Abstammung angefeindet. Während einer Auslandsreise des Leipziger Oberbürgermeisters Karl Gördeler ließ dessen Stellvertreter Rudolf Hake das Denkmal am 9. November 1936 abreißen. Gördeler setzte sich für die Wiederaufstellung ein, konnte sich aber nicht durchsetzen. Darauf trat er noch im selben Monat als Oberbürgermeister zurück. Gördeler schloss sich später dem Widerstandskreis um Graf Schenk von Stauffenberg an und wurde kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs in Plötzensee hingerichtet. Über den Verbleib der bronzenen Originalteile des Denkmals ist nichts bekannt. Vermutlich wurden sie für die Rüstungsindustrie eingeschmolzen, als Metallspende des deutschen Volkes an den Führer. 2008 konnte vor der Thomaskirche ein Nachguss des ursprünglichen Denkmals enthüllt werden. Anhand von Fotografien war es dem Dresdner Bildhauer Christian Schulz gelungen, das Originaldenkmal nachzubilden. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.